Hallo, wir spielen heute wieder mal eine Runde Sliver-IO. Da euch das letzte Video so gut gefallen hat, mache ich heute jetzt wieder eins. Und ja, ich hoffe auf das Beste. Ähm, ja, es geht fast und let's go. Oh, knapp, 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 knapp. Nein, Mist. So, gleich kann ich die Werbung überspringen und nochmal. Oh, nice. Nice, nice, nice. Oh. Und das mache ich wieder, wenn ich von der Masse her die 10.000 knack, dann abonniert ihr mich und lasst ein Like da. Okay. So, wir lassen das mal. 4.000. Und ich sag euch, seit dem letzten Video habe ich echt... Ja. Okay. Nein, der rote gehört mir. Nice. Nein. So, blöde Werbung. Ja, guck mal schon. Stopp. Wo bin ich gerade in der Map? In der Mitte. Toll. Ich bin ja immer in der Mitte. So schon. Die Lieder nennen. Komm schon. Ja. Der ist, glaube ich, sogar größer als ich der da. Mal schauen, ob wir es... Oh, und... 2.700. Nice, Leute. So ein Dummkopf. Echt. So, Leute. Nice, nice, nice. Mehr als... Mehr als vorhin. Der Zehnte hat 10.000. Und der Beste hat 27.000. Also besser als mein eigener Rekord. Der ist besser als ich jemals. War? So. Und, ähm... Leute, könnt ihr mal aufhören. Äh, könnt ihr, falls ihr deutsch könnt, bitte auf deutsch antworten. Weil ich bekomme als Kommentar ständig irgendwelche englischen Kommentare. Und ja, ein paar kann ich nicht, kann ich nicht lesen, also verstehen, übersetzen. Andere hingegen schon, aber, ja. So. So, die ganze umkreise ich jetzt. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Mission Impossible. Alle Rechte vorbereiten. Sein Scherz. gratis so 10.000 geknackt ihr wisst was das bedeutet platz 7 wenn ich auf platz 1 mal platz 1 schafft dann erstellt jeder jeder der dieses video gesehen hat erstellt sich ein account und abonniert mich auch mit diesen account die belohnung auf platz 1 zu kommen s klein er kommt in den nicht einkassen wollte es auch mit brennen warum sind die alle so weit außen echt leute manchmal frage ich mich was die welt sich denkt sich dabei denkt wie sie alle selbstmord begehen oh platz 4 und 20.000 her ich habe nicht an zu den kleinen so schreibt mir mal euren rekord in die kommentare von slither.io den ihr hattet und mit welchen skin mit welcher flagge oder überhaupt es gehen platz 3 jetzt kannte ich aufhören knapp hat sich selbst umgebracht platz 1 leute Platz 1 Nice Nice Leute Bin Platz 1 Warte ich benutze es mal so Solange ich turbo Bis ich nicht mehr Platz 1 bin Geht glaube ich gar nicht Oder? Achso stimmt Ah ich dachte der hätte auch 800 Der Dieb Nice Platz 1 Mal schauen wie klein ich werden kann Ja wenn ich klein wäre könnte ich Ich würde nicht sagen dass es knapp war Aber Vielleicht war es doch Oh mein Gott da ist der Rand Leute soll ich reinfahren Nein doch nicht Leute wir fahren jetzt mal Wir sind jetzt da auf der Map Wir fahren jetzt mal die ganze Map entlang Hier ist fast niemand Oh mein Gott Denkt ihr wir schaffen es die ganze Map einzukreisen Ich meine Wenn ja Was bringt es mir denn Die können dann immer noch rumfahren Wir müssen schon eine Länge von einer Million haben Um die ganze Welt einzukreisen Das wäre aber schon cool Das wäre aber schon cool So Und alle direkt vorne in mich reinfahren So lange bin ich hier fast Unsterblich So ein Viertel der Map haben wir schon umfahren Wie er selbst reinfährt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Knappe Sache Leute Ich glaube man muss ganz rein damit man verschwindet Aber ich probiere das jetzt nicht aus Oh Gott wie ich die ganze Zeit durchleuchte So schon mehr als die Hälfte Ich steig bald wieder ab Wenn ich weiter so mach Es verbraucht zwar nicht viel Aber es verbraucht Nice Das ist sogar richtig cool Schaut mal in die Kommentare Wie ihr die Musik findet So Und Ja Ich würde sagen Das war es für die Folge Und Ihr wisst was ich gesagt habe Wenn ich Platz 1 werde Und die Platz 10.000 Und Und bitte haltet euch jetzt dran Und Ciao Leute Und Und Danke Vielen Dank.